Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles. Falls euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und falls noch nicht geschehen, abonniert gerne den Kanal. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. So. Oh. Ich dachte da wäre eine Treppe. Haha. Lass uns doch mal hier nach oben schauen. Ich hatte jetzt eigentlich, ich wollte eigentlich diesen... Diesen einen menschlichen Boss suchen. War der nicht da oben? Ich dachte immer, der wäre da oben gewesen, aber ist egal. Komm. Wir schauen uns hier ein bisschen weiter um. Wir haben einen guten Begleiter dabei, wir haben Halbpfeile dabei, das läuft. Wir können, wir können uns allen Bedrohungen zumindest stellen, ohne sofort zu verrecken. Das einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Verderbnis, aber... Da geht es ja zu den Drachen, oder? Da waren doch mal... Waren doch nicht die Drachen früher? Oder warte mal. Ne. Doch. Ne, die waren... Die waren hier. Hier sind die Drachen. Naja, wir gehen mal weiter. Alles klar, Sabriel. Bye, bye. Da müsste mal einer ein Fun-Video draus machen. Die Sklavengruben. Dann wird hier doch relativ häufig überrascht. Na, Eri, alles gut? Alles fit? Ja, Eri geht's hervorragend. Eri hat den Spaß seines Lebens. Hier kann er wüten, wie er will. Oh, Steinchen. Story-Steinchen. Da lohnt sich das Gewirbel. Doppelt und dreifach. Das ist aber nicht sehr einladend hier. Da stimme ich zu. Neue Sklaven können wir immer gebrauchen. Bombardina findet Sklaven super. Geh mal. Ich geh jetzt doch mal Richtung Drachen. Einfach mal gucken. Einfach mal gucken, was passiert. Das Ding ist, ich sehe hier absolut keine herausfordernden Gegner. Sonst war das immer so... Sonst habe ich mich hier keinen Meter weit getraut, aber... Jetzt, wo ich ausgerüstet bin, ist nix da. Na, da kommt schon sicherlich noch was. Oh, ja. Hm. Will ich es wagen? Versuchen wir uns vielleicht erst mal an einem kleinen... Wag es? Nein, ich versuche mir erst mal erst mal versuche ich mich an einem kleinen. Hier sind nämlich auch kleine. Wenn wir den gut schaffen, dann würde ich sagen, gönnen wir uns den anderen. Dazu müsste er die aber mal zuhauen. Ja, er die haut zu. Und wir zuhaut. Aua, der beißt. Der Lümmel. Huh. Huiuiui. Du kleiner Schlingel. Ja, also der läuft locker flockig, ne? Oh, wir haben den Drachen vernichtet. Bombardina. Drachentöterin. Oh, Drachenknochen. Schön. Schön. Hi, Bosti. Wie hat er noch Leben? Ah, locker. Okay. Dann würde ich vorschlagen. Gott. Haben wir Pfeile oder so dabei, damit wir den ziehen können? Nur Heilpfeile. Ich glaube, die machen keinen Schaden, oder? Ich hätte mir... Ich hätte mir normale Pfeile mitnehmen sollen. Ich würde den gerne aus der Verderbnis rausziehen. Versuchen wir es. Komm. Ziehen wir ihn aus der Verderbnis raus? Uhuhuhuhu. Ah. Alter. Alter Schwede. Was ein Biest. Aber der, der läuft, ne? Also Eri, Eri kriegt fast keinen Schaden. Au. Au, 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 au. Hörst du auf? Okay. Ähm. Shit. Rückzug, 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 rückzug. Puh, kurz mal erholen. Kurz mal, kurz mal gemütlich erholen. Das ist eine gute Idee, habe ich gehört. Noch was trinken. Der Eri macht das schon. Oder Eri? Eri. Oh. Eri, du machst das, habe ich gehört. Ja, der Eri, der haut den weg, du. Der Eri solot den. Warte mal, ich gehe mal auf. Ah, Mist. Ich schnapp mir mal die Dolche. Dann können wir ein bisschen Blutungsschaden draufziehen. Uuh. Au. Au, au, au. Also, es ist ein sehr langer Kampf. Ein sehr, sehr ausdauernder Kampf, aber das wird eine, das wird eine Art Belagerung. Jetzt doch Machtfragmente farmen. Ja, mir ist langweilig gewesen und die Purge war nicht so geil und jetzt bin ich hier, ne? Zusammen mit Eri. Und jetzt habe ich Halbpfeile, deswegen kann ich das jetzt auch machen. Aber Eri liegt so ein bisschen am Boden gerade. Also nein, er ist im Boden drinnen. Das ist ein bisschen problematisch. Oh, was war da vor? Ah, der ist, der ist böse. Der, der Schwanzschlag ist gemein. Ich befürchte, Eri haut nicht mehr zu. Eri kann nicht mehr kämpfen, er ist im Boden. Er ist vor Scham im Boden versunken. Aber er tankt noch. Das ist das Gute. Eri mimt einen hervorragenden Tank. Während ich einfach... Oh, weg. Ja, ja. Den Schlag... Au. Den Schlag kenne ich mittlerweile, wollte ich sagen. Dachte nur nicht, dass er so weit geht. Shit. Ganz schlecht. Ist ein bisschen verwackt, der Kampf, aber... An sich hervorragend. Episch. Gefährlich. Spannend. Irgendwie. Naja, jetzt nicht ganz so, ne. Eri ist halt... Oh. Arschlecken. Mistvieh. Ich glaube, mit Eri können wir fast alles legen. Also, es dauert, aber es geht. Es ist durchaus möglich. Ich glaube, es wird schneller gehen, wenn Eri noch mitkämpfen könnte. Richtig. Richtig. Aber an sich ist der Drache nicht schwer. Den kann man durchaus legen. Das ist ja fast so episch wie die Perch gerade. Oh, die sind hier. Oh, da runde bist der Schlingel. Aber gleich liegt er. Oh, und er fliegt durch die Luft. Gut gemacht, Eri. Hervorragend. Super getankt. Oh, der hat Loot dabei. Oh, geil. Ein legendäres Waffenreparatur-Kit. Nice. Nice. Und ein Krug, wo auch immer er den her hat. Er hat ihn. Und wir haben einen Drachenkopf. Alter Schwede. Verwandtschaft zu Nashörnern bewiesen. Ja. Oh, nice. Wir haben tatsächlich einen Drachenkopf. Kann man den irgendwo aufhängen? Ich hoffe es. Geil. Leute, wie geil ist das denn? Der Drache ist geschlagen. Oh, was ist da hinten noch? Trüchen. Oh, ich habe ein Reliktfragment noch gefunden. Das heißt, ich habe jetzt zwei. Cool. Ja, die hat echt fast nichts abbekommen. Also, wenn man sich das mal anschaut. Ach, können wir noch weitermachen. Da geht noch was. Oh, genial. Jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt will ich mehr. Jetzt habe ich meinen Spaß am Bosse erledigen gefunden. Wir müssen sie nur suchen. Ich würde gerne diesen einen Grabräuber killen. Den habe ich vorher nicht gefunden. Der war vielleicht da oben. Schauen wir mal hin. Der hat mir beim letzten Mal das Leben zur Hölle gemacht. Den würde ich gerne nochmal aufsuchen. Da sind noch zwei Kisten daneben. Ach, das ist... Wir kommen öfters hierher. Wir kommen öfters hierher. Ich habe jetzt gerade gar nicht so das Ziel, die Fragmente unbedingt zu holen. Da ist eine Fledermaus. Ich will das einfach nur töten. Wo ist der Typ? Da sind noch mehr Fledermäuse. Aber der Typ ist nicht hier. Der Grabräuber müsste oberhalb der grünen Drachen sein. Ja, ich laufe einfach ein bisschen herum. Ich schaue mich einfach mal ein bisschen um hier. Ist ja auch mal schön zu sehen. Alles. Was ist hier eigentlich noch gewesen? Das würde mich auch interessieren. Ah, warte. Oh, was ist das? Ach, Schlangen. Oh, Vergiftung. Ungut. Und da ist dann irgendwo eine Megaschlange. Na ja, da hinten ist sie. Eri, lass uns die Megaschlange töten. Oh, sie kommt schon. Eri, Eri, lauf! Oh, ist die hässlich. Alter Schwede. Das Problem ist, ich muss sie einmal anhippen. Sonst macht er die nix. Oh, Vergiftung. Das ist, das ist böse. Ah, ich heil' ihn. Nice. Die hält Gott sei Dank nicht ganz so viel aus. Problem ist, Heilung läuft. Ah, ne, Heilung läuft. Sehr gut. Ach, die ist easy. Solange uns die nicht vergiftet, kriegen wir die, kriegen wir die gebraten. Oh, die macht komische Moves. Die macht mir ein bisschen Angst. Ah, die hält wesentlich weniger aus als der Drache. Gott sei Dank. Oh, Shit. Wir haben ein bisschen was abbekommen. Oh. Ja, treffen darf sie uns nicht, sonst ist Ende. Aber Eri ist echt. Eri ist echt heftig. Der ist wirklich heftig, der Typ. Au. Geschafft. Und ein Dietrich bekommen. Cool. Und ein Haufen Zeug. Eri, sie ist tot. Lass es. Die ist hinüber. Glaub's mir. Die tut dir nix mehr. Alter Schwede. Heftig. Richtig heftig. Boah. Ich bin, ich bin völlig überladen. Ja. Ja, was mach ich denn jetzt? 10, 1, 40. Neun. Achso, der hat jetzt schon nicht genug Platz im Inventar. Ist schlecht. Ach, das Fleisch können wir wegwerfen. Glasflaschen brauchen wir jetzt auch nicht. Ah, das wiegt fast nix. Das wiegt einiges. 20, 20. Nice. Der Fluch von Cosatralkehl. Die Bank tankt. Da ist das Ding. Boah, sieht relativ standardmäßig aus, ne? Hat auch... Ach, hat ein Stärkebonus drauf. Okay. Hat Stärkebonus. Naja, gut. Ich will nicht Nein dazu sagen. Die Frage ist jetzt nur... Ich glaube, ich schmeiße ein paar... Oh, die Pflanzenfasern. Komm, die brauchen wir doch eh nicht. Oh, wow. Sehr, sehr cool. Oh, da ist auch noch eine Truhe. Oh, Gold und Silber. Reichtümer, Schätze. Im Tempel seht's. Nehmen wir natürlich mit. Sehr schön. Aber jetzt... ...drehte ich erstmal die lange Heimreise an. Und die wird tatsächlich relativ lang sein. Denn hier kommen wir nicht so einfach weg. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich hier rauslaufen. Mit unseren Reichtümern. Da gibt's auch ein... Machtfragment. Okay, dann schau ich nochmal rein. Dann geh ich doch glatt nochmal rein, wenn's da ein Machtfragment gibt. Nicht, dass sich Leute noch beschweren. Das möchte ich ja nicht. Da ist auch noch was. Oh, bei seht, knien, sitzend, beten, stehend, beten. Super. Dann suchen wir doch das Machtfragment noch. Wo ist das denn? Ach, hier ist ja auch noch ein Räumchen. Ein kleines. Aber... Ah, da ist es. Hab's. Jawohl. Cool. Hier ist nix mehr. Gut. Aber der Heimweg wird jetzt hart. Wir sind voll überladen. Und wir müssen tatsächlich laufen. Aber das hat sich doch mal gelohnt, hier vorbeizuschauen. Cool. Hallo. Ja, kniet! Kniet vor eurer neuen Königin! Und es wird Nacht. Das ist auch nicht so schön. Jetzt kommt mir halt gerade echt die blöde Idee. Wir könnten auch mal diesen großen, untoten Drachen mal versuchen. Hehehe. Der wäre sicher auch lustig. Mit Eri zusammen könnte ich mir vorstellen, dass wir den sogar packen. Nur nicht übermütig werden. Ja, versuchen würde ich's. Irgendwann mal demnächst. Aber erstmal war das jetzt auch genug Abenteuer. Wir haben uns eine, eine legendäre Waffe beschafft. Haben Machtfragmente gesammelt. Drachen getötet. Sind durch die Finsternis gestapft. Ah. Möchte... Möchte gerne hier hinten irgendwo raus. Haben dem Tod ins Auge geblickt. Dem Avatar seht's. Sozusagen. Und haben absolut nichts mehr gesehen. Ach, jetzt bin ich auf dem Aquaduct gelandet. Ja, da wollte ich eigentlich auch nicht hin. Hä? Da wollte ich auch nicht unbedingt hin. Ich wollte den anderen Ausgang. Mensch, die Beschilderung ist hier aber echt schlecht. Also hätte man schon so ein paar Schilder hinmachen können. So Ausgang Nord, Ausgang West. Oh, da ist ja nochmal ein Drache. Hallo. Dem geh ich jetzt aber aus dem Weg. So einen haben wir schon getötet. Ich glaube, wirklich gefährlich wird's jetzt nicht mehr. Es wird einfach nur anstrengend. Weil wir den ganzen Weg laufen müssen. Es sei denn, Offi, Offi hat doch hier irgendwo seine Basis, oder? Offi, sag mal, hast du einen Kartenraum? Mal nachfragen. Ich geh trotzdem vorbei. So oder so. Egal, ob er einen hat oder nicht. Nö, okay. Da geh ich doch nicht vorbei. Der liegt ja mehr oder weniger auf dem Weg. Aber wir können uns jetzt wieder Kartenräume bauen. Hahaha. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben wieder genügend Dämonenblut, um die ganze Karte mit Kartenräumen zuzukleistern. Vielleicht also demnächst Kartenraum namenlose Stadt. Wer weiß. Ah ne, ich laufe da jetzt doch nicht hin. Ich will nach Hause. Bomberdina hat harte Kämpfe bestritten. Hat die epischste Purge aller Zeiten gewonnen. geschlagen. Gekämpft. Da hat sie sich eine Pause verdient. Und das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön für eure Unterstützung. Macht's gut. Ciao. Ciao.